Baby Jogger City Elite 2 – Abenteuer ohne Grenzen Der City Elite 2 ist mit unplattbaren Gummirädern und einer Allradfiederung ausgestattet, sodass Sie immer Ihren eigenen Weg gehen können. Der einzigartige Ein-Hand-Faltmechanismus sorgt für ultimativen Komfort. Der verstellbare Handgriff und die Handbremse bieten unvergleichlichen Komfort und Kontrolle. Verwenden Sie ihn von Geburt an mit der neuen Babywanne oder verwandeln Sie ihn mit der CityGo iSize Baby-Schale in ein Reisesystem. Die verstellbare Wadenstütze Die Fußstütze und die nahezu flach einstellbare Rückenlehne sorgen für eine bequeme Liegeposition. Gleichzeitig bietet das Verdeck mit UV-Schutz 50 Plus und magnetischen Sichtfenstern sowie den Seitenöffnungen vollständigen Schutz und einen freien Blick auf Ihr Kind. Stellen Sie mit dem kompatiblen Zubehör den perfekten Wagen für Sie und Ihre Familie zusammen. Baby Jogger City Elite 2 für unbeschwerte Ausflüge 麒ier Bis zum nächsten Mal.